Sie hören Die Macht des Schlechten Nicht mehr schwarz sehen und gut leben Von Roy Baumeister und John Tierney Aus dem Englischen von Bernhard Schmidt Gelesen von Oliver Kube Ein Hörbuch des Argon Verlags Prolog Der Negativitätseffekt Nimm das Schlechte mit dem Guten, sagen wir uns stoisch Aber so funktioniert unser Gehirn nun mal nicht Unser Verstand ist geprägt vom verzerrenden Einfluss Eines fundamentalen Ungleichgewichts Und was dies für unser Leben bedeutet Wird der Wissenschaft gerade erst so richtig klar Schlecht ist stärker als gut In der wissenschaftlichen Literatur Firmiert diese verzerrende Macht des Negativen Unter mehreren Begriffen Negativitätsbias Negativitätsdominanz oder schlicht Negativitätseffekt Wie immer Sie es nennen wollen Gemeint ist eine allgemeinmenschliche Neigung Sich von negativen Ereignissen Und Emotionen stärker beeinflussen zu lassen Als von positiven Während uns ein Wort der Kritik Zu vernichten vermag Kann es uns durchaus kalt lassen Wenn uns jemand mit Lob überhäuft Wir sehen das eine feindselige Gesicht In der Menge Während uns so manches freundliche Lächeln entgeht Hört sich deprimierend an Und oft genug ist es das auch Aber der Negativitätseffekt Muss mitnichten das letzte Wort haben Schlecht ist stärker Aber gut kann durchaus die Oberhand gewinnen Wenn wir verstehen Womit wir es zu tun haben Indem wir den Negativitätseffekt Durchschauen und uns über unsere Angeborenen Reaktionen hinwegsetzen Können wir destruktive Muster durchbrechen Und positiver, effektiver In die Zukunft sehen Anders gesagt Wir können uns die durchaus Bemerkenswerten Vorteile Dieser verzerrenden Tendenz Zunutze machen Pech, schlimme Nachrichten Und negative Gefühle Das alles sorgt für starke Ja die stärksten Anreize überhaupt Widerstandsfähiger Gescheiter Netter Und liebenswürdiger zu werden Schlecht Oder besser gesagt Das Negative Lässt sich zu unserem Vorteil nutzen Allerdings nur Wenn wir rational denkend So eine irrationale Wirkung durchschauen Es braucht Weisheit Und ein gutes Stück Arbeit Dieser Negativität Ein Schnippchen zu schlagen Und in einer digitalen Welt Die die Macht des Negativen potenziert Gilt das mehr denn je Der Negativitätseffekt Ist ein simples Prinzip Mit alles andere als simplen Folgen Solange wir den verzerrenden Einfluss Des Negativen Auf unser Urteilsvermögen nicht erkennen Werden wir schreckliche Entscheidungen fällen Unser Negativitätsbias Erklärt uns die Welt im Großen Wie im Kleinen Wie Länder in desaströse Kriege stolpern Warum Nachbarschaften sich befähden Und Ehepaare sich scheiden lassen Warum die Wirtschaft stagniert Warum Bewerberinnen und Bewerber Einstellungsgespräche vermasseln Schulen Schüler durchrasseln lassen Und warum so viele den risikolosen Ausweg wählen Anstatt aufs Ganze zu gehen Der Negativitätseffekt Zerstört Reputationen ebenso Wie er Unternehmen in die Pleite führt Er fördert Stammesdenken und Xenophobie Er sorgt für von grundlosen Ängsten geschürten Zorn Unter US-Amerikanern ebenso Wie für Hunger in Sambia Er ist der Auslöser moralischer Paniken Unter Liberalen wie Konservativen Er vergiftet die Politik Und sorgt dafür, dass man Demagogen wählt Die Macht des Negativen ist universell Unbesiegbar jedoch ist sie nicht Seine stärkste Wirkung entfaltet Der Negativitätseffekt bei uns In jungen Jahren Wenn wir ganz besonders aus Kritik Und Fehlern lernen sollen Mit zunehmendem Alter Nimmt die Notwendigkeit zu lernen ab Wir gewinnen an Perspektive Alte Menschen neigen zu mehr Zufriedenheit als Junge Da ihre Emotionen und Urteile Nicht mehr so stark von Problemen und Rückschlägen verzerrt werden Sie begegnen der Macht der Negativität Durch den Genuss der Freuden, die der Tag ihnen bringt Und mit Erinnerungen an glückliche Augenblicke Anstatt sich in vergangenem Elend zu suhlen An objektiven Kriterien gemessen mag ihr Leben Schon gar wenn sie gesundheitliche Probleme haben Nicht besser erscheinen Aber sie fühlen sich besser Und sind in der Lage Vernünftigere Entscheidungen zu treffen Weil sie es sich erlauben können Unangenehme Gelegenheiten Aus denen sie etwas lernen könnten Zu ignorieren Und sich stattdessen auf die angenehmen Seiten des Lebens Zu konzentrieren Genau diese